Wir wollen nicht lieben, wollen nicht spenden! Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk entvorführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigenen Flossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder entvorsteigen, genau wie die Väter einst aus Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern uns selbst nicht schaffen mussten.